Wir bauen für Unternehmer. Unsere Kunden sind Unternehmer, Mittelständler wie wir auch. Und deswegen ist es uns wichtig, so wie wir denken und unser Kunden denken, auch das letztendlich dann beim Bauen umzusetzen. In meiner Arbeit steckt 95% Altplan, im restlichen 5% bin ich auf der Baustelle unterwegs. Man entwickelt das ganze Gebäude mit Altplan. Es ist die Faszination für Tragwerke, für Räume, für ausserordentliche Aufgaben, die uns treibt und die wirklich viel Spass macht. Sie werden im 3D immer besser und die Bewehrungsmodule, das ist stark. Ich liebe Altplan. Ich liebe Altplan. Ich liebe Altplan. In der maison, ich continue zu benutzen. Ich liebe es gut zu dessen. Ich liebe es, dass es immer zu lernen, über das Werkzeug zu lernen. Wir sind von Anfang an, arbeiten wir mit Altplan und haben dieses Programm auch nie verlassen. Und das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Jeder Ort ist anders, jede Aufgabe ist anders. Und das ist halt auch das Spannende, dass wir extrem unterschiedliche Projekte oder Bauten bisher machen können. Und somit hat sich natürlich auch gewandelt, hat diese Komplexheit auch aufgenommen. Das ist einfach unser CAD-Programm und ich denke letztendlich jeder Plan, der hier aus dem Büro rausgeht, hat irgendwann mal Altplan gesehen. Altplan ist insofern für uns, wie gesagt, eigentlich genau das Werkzeug, was uns diese Komprimierung verschiedener Arbeitsschritten entsprechend ermöglicht. Das bedeutet, dass wir die meest exotische Formen in den Beton machen. Die Formen müssen auch wieder gewapen werden. Und um das Prozess zu versnellen und zu verduideligen, benutzen wir ein Altplan. Es ist ein, ich vertraue Altplan, weil es funktioniert, ganz einfach. Ja. 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 Ja.